Ich mag keine Eier. Und warum lässt du sie mich dann erst braten? Ich dachte, die wären für dich. Guten Morgen. Wie geht's dir? Verkatert? Warum wundert mich das nicht? Ich dachte, du wolltest die Kurve kriegen. Ich hab die Kurve bereits gekriegt. Ich hab nur was getrunken. Ich mach mich zur Zeit sogar richtig gut. Das scheint bloß keinen besonders zu interessieren. Meine Noten sind besser. Ich hab in dem blöden Stück gespielt, das keiner von euch gesehen hat. Weißt du überhaupt noch, wie es hieß? Hab ich mir gedacht. Was soll's? War ich eben betrunken an dem einen Abend, an dem du zufällig mal vorbeischaust? Da ist doch voll drauf geschissen. Hey, hey, nicht solche Ausdrücke vor Scotty. Stört mich nicht. Wie auch immer. Egal. Es ist schön, dich zu sehen. Willkommen zu Hause. Ja. Lust auf Rührei? Ja. 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 Ja.